Nein. Dum 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 dum. So, wir gehen erstmal mal kurz fischen. Ich hab nämlich gerade alle Fische verkaufe. Ich dumme. Und dann machen wir die Fest von Wally. Guck mal, hier sind ganz viele Nachtturm gewachsen, während ich auch klein war. Das geht ja gar nicht. Ja, wir haben auch noch fast auf Level 10. Dauern immer lang. Da ist bei Janus Horst. Das verschieben wir aber auch noch an den Strand, glaube ich. Ja, Anna, ich hab dich fast auf Level 10 gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dich auch noch auf Level 10 kriege. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich Zitrinen abbaue. Ähm, so Sammlung. Ja, wir haben jetzt ein paar neue Fischis. Guck mal, jetzt fehlt es noch. So ein Lanzenfisch, so ein Zander und ein Fugu. Dunkles Holz haben wir jetzt auch gefunden. Gedelsteiner, glänzender Diamant und generell Diamant und Zitrinen brauchen wir noch. Lichtung des Vertrauens und sonnige Ebene. Okay, das ist gut, dass wir das wissen. Dunkelblaue Weste mit Knöpfen. Nice. So, ein Möbelsets. Was haben wir da jetzt Neues bekommen gehabt? Genau, den Obstand aus Holz. So. Na? Ja genau, geh vor mir auf die Knie. Finde ich gut. Ja, Level 10! Ja, wir haben jetzt ein neues Kleid! Und eine neue Ausgabe wahrscheinlich. Haben wir nicht? Oh, äh, hallo! Ich spiele weitere und weitere Missionen. Okay. Ich habe etwas für dich. Maguru Sushi. Eingelegter Hering. Oh, das ist ja ekeler. Auf Wiedersehen! Ach nee, wir können sie ja jetzt was irgendwo nicht hinlassen. Hey, du bist hier! Tschüss, wir sind später abhängen. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? So, eine Glühbirne, wurde gesagt, ist wahrscheinlich bei Wally drin. Dun, 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 da, 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 da. Wo denn? Da! So, wir haben jetzt eine Glühbirne. Ein Bowlingkegel. Da müssen wir mit wem reden? Wahrscheinlich mit Goofy, ne? Wo ist der denn? Da ist der. So, let's go! Hey, Maui. Wir haben gerade keine Zeit für dich. Der ist wahrscheinlich da. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit dem Cloud? Hallo, Seika, ich möchte meinen Freund Miki zum Essen einladen. Oh! Würdest du mir dabei helfen, alles vorzubereiten? Sicher klingt gut. Oh, Junge, das wird das beste Abendessen. Ich werde uns eine Boiler-Base mit frischen Meeresfrischern zubereiten. Lass uns zum Strand gehen und frische Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln fangen. Bis bald! Schön dich zu sehen! Hey, Kumpel! Ähm, was soll ich fragen? Oh! Mein Befehl? Okay, ich muss mal ganz kurz bei... Genau. Finde die Gegenstände. Bowlingkegel, Spielzeug, Eisenbahn. Einen schönen Tag! Okay. Ich hab was für dich? Irgendwie... Oder muss ich in deren Häuser gehen? Das könnte natürlich auch sein, dass ich in die Häuser komme. Oh, ich liebe Schöne, sonnige Tage. Aber da Robert ist ja nur in seinem Laden. Hier ist jetzt auch keine Spitzereisenbahn oder so. Oder? Nee. Wir gucken mal bei Miki zu Hause. Bei Goofy zu Hause auch. Wir gucken einfach mal. Oder bei Merlin zu Hause. Wir gucken mal. Ah, hier. So, die Spitzereisenbahn haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den Bowlingkegel. Der war entweder bei Goofy oder bei Merlin, soweit ich mich erinnere. So, wir müssen hier mal ganz kurz gießen. So. Wir haben Hunger. So. So. Der Köln ist dann auch gepflanztes. Ja, hi Leute. Ich werde verfolgt. So, bei Goofy oder Merlin? Gucken wir mal. Doch hier. Super. So, geben. Wally. Hier sind alle Dinge für den Tausch. Lass uns zu Ariel gehen. Hippie. Höre Wally und Ariel zu, während sie ihre Geschenke austauschen. Ja, das ist ja das Kleinste. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Da hinten. Da strammt. Gottchen, ey. Wo bist du denn? Ariel? Wo bist du? Da hinten. Jetzt habe ich Wally nicht dabei, ne? Ich habe was für dich. Ne, habe ich noch nicht. Verdammt, wo ist Wally? Wir holen uns jetzt mal Wally und dann gehen wir mit Wally zusammen zu Ariel. Das ist das Problem, wenn sie keine Beine hat, ne? Wally? Was ist er denn jetzt für ein Wally? Wally? Ähm. Ja. Also laut Karte steht er hier. Scheiße, wo ist der? Das ist jetzt einfach nicht passiert, oder? Ja. Es ist passiert. Es ist passiert. Und wieder. Okay. Und versuche die Münze in deinem Inventar. Und? Okay. Das ist in weiter Topferkeit. Das ist, glaube ich, bei Merlin. Ich spreche mit Dagobert über die Erinnerung. Ja, Dagobert ist ja immer in seinem Ding. Das ist ja der, der verschwindet ja nicht plötzlich, wenn ich ihn suche. Sei gegrüßt, Nachbar. Donner und Doria. Was ist gerade passiert? Was hast du mit meiner Münze gemacht, Cypher? Die Münze hat sich in eine Erinnerung verwandelt. Oh, wenn sie sich alle verwandeln, verliert ich bei dem Projekt Geld. Aber das ist erst einmal egal. Wenn es sich um eine Erinnerung handelt, dann musst du dem folgen, was sie dir zeigt. Finde heraus, woher sie dich führt und du willst den Schatz finden. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf die Idee wäre ich natürlich von alleine nicht gekommen. Hallo. Hey. Ich tue wieder Bar, wieso ich möchte Sachen kaufen? Na? Sei gegrüßt, Nachbar. Rote Que- Ja, da habe ich kein Geld. Auf Wiedersehen und bis bald. Es ist alles so arschteuer, ne? So. Hey, hey. Seht ihr mich? Freundlichen Dank. Ja, ich habe so gefühlt so viel Geld, ne? Wie hübsch. Ja. Guck mal, so eine Klappe. Ah. Auf Wiedersehen und bis bald. 2.800. Ähm. Okay. Kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Irgendwann. So. Wir gucken mal nach unseren Pflänzchen. Die sind alle noch ganz gut dabei. Wir gucken jetzt mal auf der Karte. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist Wally. Ah, Wally. Schluppe. Wally. Wally. Das ist was. Gut. Jetzt müssen wir Ariel finden. Was? Sagt der mir gerade, dass meine Pflanzen Wasser brauchen? Oder ja. Tatsache. Tatsache. So, wo ist denn Ariel? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist... Verdammt, sie ist schon wieder weg. Da hinten. Okay. Kriege ich schon hin. Ach, da unten. Oh, ich bin super. Ich bin super. Ah, du bist. Ah! Das ist so... Ich hab doch noch ein bisschen geblieben, ja? So, ich hab noch ein bisschen geblieben. Ich lauf wieder in die falsche Richtung. Wir sind da lang. Sorry, Wally. Da ist sie! Ja los, redet doch miteinander. Hallo? Ähm... Oh, hallo! Lass uns bald nur wieder sprechen, ja? Jetzt ist sie wieder weg. Also irgendwie funktioniert die Quest gerade noch so, wie ich es gern hätte. Ich habe das Gefühl, die Quest ist so leicht festgepackt. Aber wir sind immerhin am ersten Mal auf der Erinnerung von der Schatzsuche. Hör, Wally und Ariel, Smooth. Jo, Ariel ist da aber festgepackt. Okay, jetzt schwimmt sie wieder. Juhu! Kommst du mal her? Kommst du ran? Oh hey! Jetzt rede doch! Doch! Irgendwie klappt das halt nicht so ganz, ne? Ich glaube, du hast die nächste Quest, die verpackt ist. Geil. Richtig geil. Richtig geil. Jetzt ist sie wieder weg. Das ist einfach... Das ist doch... Das sind so Sachen, die machen mich sauer, ne? Da werde ich da... Da kriege ich richtig Bock, nix zu tun mehr. Weil das halt einfach Kacke ist. Ach so, dann mache ich jetzt eine andere Test. Das ist doch... Untersuche aufgedeckte Bereiche nach Hinweisen. Okay. Also. Da. Was ist denn hier? Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Hinweise finden. Was ist richtig? ja tatsache ja wir haben jetzt ein paar sachen wieder gekauft weil wir kaufsüchtig sind wir kennen es ja alle erinnerungen das hier war bei merlin und das ist da im eingang okay ich weiß wo ich lange muss das ist schon sehr viel wert wenn ich weiß wo ich lange muss weg diese leute die im weg müssen da ist noch eins das nächste ja ich auch ja ich auch so tadaa wir haben alles bringt darüber was du gefunden hast ja das ist okay machen wir das ist ja kein problem sehr schön sehr schön sorry wenn ich gerne so einfach vergeben ein schönen tag noch grundgütiger ohne dich hätte ich es nicht geschafft sieht so aus als ob die erinnerung uns nicht zum schatz geführt hat sondern zu teilen eine art karte ich bin mir sicher ich kann sie zusammensetzen lass mich daran arbeiten und ich melde mich danach wieder bei hervorragend ein schönen tag noch erfordert das zehnte freundschaftslevel auf wiedersehen und bis bald ich glaube die bestehen wir gucken mal wir gucken mal wir machen mal loki loki ich glaube wir die ganzen gold klumpen die haben wir verbraucht ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht haben wir gerade ein bisschen reis das ist weizen äh zuchini wir haben kein reis ok jetzt hätten wir was leckeres kochen können ich finde es halt gerade echt doof mit der cremesuppe das nervt mich das nervt mich richtig vorspeise ja ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert tatsächlich wir können ja nochmal ein bisschen rumexperimentieren vielleicht kriegen wir ja irgendwas raus man weißet ja nicht ich weiß nicht eier weizen und vanille ok hätte er klappen können wenn man nicht wenn man nicht man nicht die 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 Soja. Und was kriegen wir raus? Ein Meeresfrüchte-Aparelli. Was kriegen wir aus Moossoja raus? Einen Schel. Also irgendwie kriegen wir nicht das raus, was ich gern hätte. Okay, hätte ja klicken können. Wir essen mal die Cracker. Das essen wir. Und den Shake essen wir. Kriegen wir noch hin. Irgendwann mal. So. Ja, okay. Die Truhe ist jetzt voll. Haben wir irgendwas, was wir da hinzufügen können? Ja, ja, okay. Ach, stimmt. Können wir nämlich ein paar Fasern verkaufen tatsächlich. Warte, was ist das? Okay. Ähm, so. Was ist das? Ein Truhe raus. Okay. Das ist nämlich auch Quest. Und das ist auch Quest. Okay. Okay. Damit kann ich arbeiten. So. Geben wir mal zu Dagobert und geben ihm seine blöde Tomatensuche, damit wir den auch weiterleihen. Ich hab mich keinen Bock mit dem rumzuhängen. Wir gucken mal. Ähm. Ich geh gleich mal ganz kurz ins Päuschen und was essen. Sei gegrüßt, Nachbar. So. Ich hab was für dich. Ich hab zwar eine Tomatensuche. Ja, danke. Okay. So. Auf Wiedersehen. Ja, einem Freund sein Liebesbeschränk. So. Wir machen dann jetzt noch... So, wir brauchen ein Hummerbrötchen und Sushi. Ähm. Was hat die denn mal gesagt, was die Zutaten für Hummerbrötchen sind? Ich muss... Ich... Ich höre dir einfach nicht zu, das ist das Problem, glaube ich. Ja. Ach so. Da. Lehm. 200 Stück. Wow. So, wir haben jetzt noch zwei Eisenbahnen. Ähm. Von 30. Lifeboats. Lifeboats. So. Okay, Leute. Ich geh jetzt mal kurz ins Päuschen. Und danach spielen wir dann was anderes weiter. Ähm. So. Vielen Dank.